Ich weiß nicht, ob ich geheilt bin. Mir tut nichts weh. Aber ich wage es nicht zu sagen, ich bin geheilt. Ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass irgendein Schicksalsschlag mein Immunsystem in die Knie boxt und dann fängt das wieder an. Ich weiß nicht, ob alle Borrelien aus meinem Körper weg sind. Ute Fischer beschäftigt sich schon ihr halbes Leben mit Borreliose. Eine Erkrankung, die überwiegend durch Zeckenstiche ausgelöst wird. 20 Jahre lang leidet sie selbst an der Erkrankung, bis sie eines Tages ganz plötzlich symptomfrei ist. Warum das so ist, weiß sie selbst nicht. Mittlerweile setzt sie sich schon seit Jahrzehnten dafür ein, dass diese Erkrankung auch bei Ärzten anerkannt wird. Sie haben eben gesagt, Sie sind das Gedächtnis vom Borreliosebund und Ihre Krankheitsgeschichte, die geht tatsächlich Jahrzehnte hin zurück. Wann hat denn Ihre Krankheitsgeschichte begonnen? Meine Krankheitsgeschichte begann 1983 in Irland. Ich habe erst später rekapitulieren können, dass ich praktisch alle Symptome gehabt habe, die man von einer Borreliose bekommen kann. Aber damals wusste kein Mensch etwas von Borreliose. Und als ich mit Beschwerden dann in die Neurologische Klinik nach Darmstadt ging oder damals noch in Eberstadt, dann haben die mich alle für verrückt erklärt. Ich hätte eine Muskelkrankheit oder ich sei depressiv. Ich habe die schlimmsten Diagnosen bekommen und ich habe sie auch aufgehoben. Welche Symptome hatten Sie denn damals? Ich hatte damals hauptsächlich Knieprobleme, also Schmerzen in den Kniegelenken. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte Nervenschmerzen an den Beinen. Und ich hatte Wortfindungsstörungen, kognitive Störungen, wie man das heute nennt. Sie sind dann zum Arzt gegangen, auch zu mehreren Ärzten. Und Sie haben sich dann verschiedene Diagnosen eingeholt. Die meisten davon oder sogar alle waren Fehldiagnosen. Was haben Sie für Diagnosen bekommen damals? Ja, am Anfang hat überhaupt niemand über Borreliose nachgedacht. Erst hieß es, ich hätte Rheuma. Und dann hat man mich nach Wiesbaden geschickt in die Rheumaklinik. Da bin ich auf Krücken reingegangen und nach sechs Wochen auf Krücken wieder rausgegangen. Dann hieß es, ich hätte eine harmlose, leichte Art von Rheumatismus. Und ja, dann passierte eins. Es war Sommer und ich kriegte eine Sommergrippe. Und mein Hausarzt verordnete mir ein Antibiotikum. Natürlich völlig falsch, weiß ich heute. Aber danach hatte ich kein Rheuma mehr. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich war damals schon Journalistin, habe für die Ärztezeitung geschrieben und habe dann gelesen, dass Borreliose in den USA so populär ist. Dann bin ich dann mit zu meinem Arzt gegangen und dann hat der gesagt, nein, unsere Zecken haben sowas nicht. Ja, und dann habe ich einfach recherchiert wie ein Journalist. Und habe dann einen Arzt gefunden in Frankfurt, der mir geglaubt hat. Aber wie ich heute weiß, hat der auch ein bisschen rumprobiert. Mein Gott, ich bin Privatpatientin. Ja, da kann man praktisch alles abrechnen und ausprobieren. Aber er hat sich als sehr strategisch gut erwiesen. Er ist zu Kongressen gegangen, hat mir hinterher berichtet. Und er hat mich fast um die zehn Jahre lang betreut. Als Sie dann die Diagnose Borreliose bekommen haben, dann gingen die ersten Therapien los. Wie sahen diese Therapien aus und haben die Ihnen geholfen? Das waren orale Therapien, also Tabletten. Und die haben ein bisschen geholfen, aber nicht lange. Und dann haben wir was Neues ausprobiert. Und dann habe ich die erste Infusionstherapie bekommen. Die hat dann so drei Wochen gedauert. Da ging es mir gut. Nach zwei Monaten ging es mir wieder schlecht. Und dann haben wir ein neues Medikament probiert. Und dann habe ich das mal fünf Monate durchgezogen. Morgens und abends eine Infusion. Und dann ging es mir wieder gut. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt so lange, bis ich nichts mehr spüre. Und trotzdem hat es nur ein Jahr angehalten. Dann fing es wieder von vorne an. Und dann sagte mein Arzt, wieso? Sie haben doch eine Behandlung gehabt. Heute sind Sie ja geheilt. Heute geht es Ihnen gut. Ich weiß nicht, ob ich geheilt bin. Mir tut nichts weh. Aber ich wage es nicht zu sagen, ich bin geheilt. Ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass irgendein Schicksalsschlag mein Immunsystem in die Knie boxt. Und dann fängt das wieder an. Ich weiß nicht, ob alle Borrelien aus meinem Körper weg sind. Aber ich glaube, so wie ich mich verhalte, wie ich mich ernähre, wie ich lebe, Sport treibe, ist mein Immunsystem so stark, dass es die Borrelien einfach im Schach hält. Das ist meine Hoffnung. Wie lange ist es denn so, dass es Ihnen schon gut geht? Es geht mir seit ungefähr 17 Jahren gut. Und ich habe 20 Jahre gelitten wie ein Hund. Was glauben Sie denn, was dafür verantwortlich ist, dass es Ihnen wieder gut geht? Ich habe alles getan, um meinen Körper zu konditionieren, dass er selber heilt, was er selber heilen kann. Und dass er abwehrt, was ihm nicht gut tut. Ist es eine Therapie, die Sie auch anderen Betroffenen empfehlen würden? Natürlich. Und zwar nicht nur bei Borreliose. Ich ernähre mich einfach natürlich. Ich vermeide alles, was Konservierungsstoffe hat. Farbstoffe. Ich koche täglich selber. Ich ernähre mich saisonal und regional. Ich kaufe jetzt keine Erdbeeren. Ich kaufe überhaupt keine Erdbeeren, seitdem ich weiß, dass die 20 Mal gespritzt werden. Ich habe zu Hause ganz wenig Erdbeerpflanzen und ich esse jede Woche im Sommer fünf Erdbeeren. Mehr habe ich nicht und das reicht mir. Ihre Krankheitsgeschichte geht ja fast 40 Jahre zurück. Aber heute ist es immer noch so, dass Ärzte sich einfach schwer tun, eine Diagnose zu stellen. Also die Diagnose Borreliose zu stellen. Was raten Sie denn anderen Betroffenen, was sie tun können, um da voranzukommen? Am besten ist es erst mal, sich an die Patientenorganisation zu wenden. Die schreiben also zweimal im Jahr eine Zeitschrift, wo wirklich das Neueste drinsteht. Und über diese Patientenorganisation kommt man auch an Ärzte, die sich mit Borreliose auskennen oder sagen wir so, die bereit sind, eine Borreliose zu behandeln und auch richtig zu behandeln. Aber man muss da schon hartnäckig sein. Und man muss auch mal ein bisschen Buch führen, ein Symptomtagebuch führen, damit man nicht einfach zum Arzt geht und sagt, mir tut das weh, mir tut das weh. Sondern man muss es dem Arzt leichter machen. Denn er hat ja nur sieben oder acht Minuten Zeit, um mich zu behandeln oder mich zu diagnostizieren. Sie wirken sehr, sehr stark auf mich. Gab es denn in dieser Zeit, wo es Ihnen sehr schlecht ging, auch Tage, wo Sie nicht so stark waren, wie Sie heute wirken? Selbstverständlich. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt habe ich mir gesagt, ich will anderen helfen, dieses Los zu ersparen. Und deswegen bin ich damals zum Borreliosebund gegangen. Ich habe 20 Bücher über Borreliose geschrieben, ich habe 30 Zeitschriften über Borreliose geschrieben. Ich habe alles, was ich erfahren habe über Borreliose, habe ich nach außen gegeben. Was glauben Sie, woran liegt es, dass Ärzte sich so schwer tun, diese Diagnose zu stellen? Es liegt erstens daran, dass wir keine standardisierten Labortests haben. Das heißt, Sie können in einem Labor mit dem gleichen Blut positiv sein und im nächsten negativ. Weil wir 20 verschiedene Testhersteller haben, die sprechen sich nicht ab. Das heißt, Sie können falsch positiv sein, Sie können falsch negativ sein. Es ist alles drin. Das Entscheidende sind die Symptome. Und Ärzte müssen wissen, welche Symptome für eine Borreliose sprechen. Aber was ist es? Die Fortbildungen für Ärzte für Borreliose, die werden gemacht von der Pharmaindustrie. Und die Pharmaindustrie hat kein Interesse an Borreliose. Denn Borreliose zu behandeln ist am Anfang sehr, sehr preiswert. Da verdient man nichts. Man verdient viel mehr für Behandlungen gegen Depressionen oder Neuroborreliose. Oder Verdacht auf MS sogar. Das sind ja die Blockbuster, wo die Pharmaindustrie richtig Geld verdient. Das ist ja die Blockbuster, wo die Pharmaindustrie richtig verdient. Und das ist ja die Blockbuster. Untertitelung des ZDF, 2020